Moin und der was geht und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Blacklight Retribution mitten hier im Showbox, dem ich da schon kohler Moin und ihr seht schon nein ihr habt keinen Knick in der Optik wir spielen heute mit einem 30er Sichtfeld also ja ich hatte vor 65 Showbox hatte 86 davor ja M30 ist das es ist das niedrigste gewesen hast du gesagt oder? Ja 30 ist absolutes niedrigste was man hier machen kann und ihr seht wie das aussieht man kommt sich irgendwie vor wie so ein übelstes Opfer es ist mega krass dran oh ja man das ist einfach too much oder also er hat auch dazu geschrieben keine Chance man kann tatsächlich was hinkriegen aber man muss sich halt wie ein Beklopter umgucken um zu sehen was um sich drum rum eigentlich los ist ich muss mich übel krass bewegen um mir was zu sehen ich meine ich sehe nur das was vor mir ist was wirklich genau vor mir ist Leute spielten am 30 vor ich weiß nicht wie viel Krebs das hier ist im Video aber also selber spielen ist schon hart Krebs ja äh das das ist eigentlich schon ich krieg da auch Kopfschmerzen bei oh ja ich muss auch mal ab und zu weggucken das ist also ihr könnt aber mit so einem Kopf spielen Red Prefire danke das ist einfach too much es ist einfach und too much oh nein wie schlecht er ist JGP und Silvra sind übrigens noch nur drin ja genau äh ney von Woden ja da vorne ähm und wenn du dich muss man auch muss man auch Scope Scope die Schuhe ist groß das ist also geht voll klar das Spiel ist jetzt nicht für 30 auf auf ausgelegt sage ich aber man müsste halt übrigens krass die Dinge zu erhöhen hier war es macht oder ich hatte es krebs hier dabei aber was wir auch kurz ansprechen wollten ich sehe nix ist dass es neue Missionen gibt oh ja es gibt zum einen deswegen habe ich auch die Shotgun AK ausgerüstet ähm die Missionen äh wie viel 1500 tausend genau 1500 Shotgun AK Abschüsse äh zu tätigen genau ja gut das habe ich gar nicht mitbekommen genau da gibt es noch 4 Millionen ähm Schritte in einer bestimmten in Last Team Standing mit diesen neuen Modus von Eckhand also Eier, Suche, Jagd und sonstwas ähm da muss man halt wie viel 10.000 oder ja 10.000 diese Eier sammeln wir haben das noch nicht gespielt wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge machen ja und dann auch mal erklären was vielleicht auch so dazugekommen ist und sowas und ähm ja oh ney seht ihr mit normalen vollfertig eventuell gesehen dass jemand kommt aber nein ich sehe man sieht nur das was dir direkt kommt davor ist ich ähm mit dem Pfoff bin ich auch viel stürmerischer unterwegs weil ich denke dass es alles so übelst nah ist ne ja und man äh wenn man das was vor einem ist das ist dann nicht mal so krass schwer zu killen weil man kann ja ganz normal aim und alles aber genau naja die Krebsgefahr ist hier auf jeden Fall stark erhöht mit HAV fühlt man sich schon sehr äh wohler weil man halt sieht was auch so los ist hier ist zum Beispiel diese ähm dieser Hufra hat diese äh Osterhasen Ohren hier ja genau gut ich renne halt rein ähm ich werde mir kommt und ja jede äh Farbe ist unterschiedlich zu zu jeder einzelnen Mission also bist du sicher? ja okay gut du hast gerne Akab zum Beispiel weiß und für das ähm vier Kilometer laufen gibt es so Magenta und so ja ja oh ne ist ziemlich nice Leute mal gucken wie lange das Osterspecial dauert was man auf jeden Fall merkt ne bis zum 12. April geht das glaub ich hab ich gelesen ähm was man auf jeden Fall merkt ist dass übel viele Leute jetzt durch diese Mission im Shotgun ARK zocken ja was verständlicherweise was wir ja auch machen ich muss sagen oh es ist nötig für diese Mission aber ich finde es irgendwie nicht so geil was so Shotgun ARK süßen weil die ist halt schon ziemlich krass OP oder ja ist doch gut wenn man die used ja ne eher nicht so aber das geile ist Leute ich brauch keinen Scope mehr ne man braucht halt echt keinen Scope mehr man muss überhaupt nicht mehr scopen das ist alles schon im Zoom das ist so ein Perm Scope ja genau man kann sich eigentlich vorstellen als wie wenn man äh permanent mit dem oh Gott mit dem Scope rumläuft ja das ist halt echt so jetzt du noch ein bisschen stärker als wenn man mit dem Scope rumläuft nein fuck oh mein Gott weil es wird einfach so krass das muss man überlegen das ist fast ein Dreifache in meinem Pfiff da fliegt erstmal weg ja ich hab genau dort ist auch irgendwas mit 80 ne genau dort ist irgendwas mit 60 60 so ja also von mir ist es nicht so also ist auch krasser Unterschiede auf jeden Fall egal was man hat das ist auch schon krass hallo der hat die Ohren hier oh ne oh oh ja danke ich hab null Einschätzung und wir wussten auch vor uns mal so springen und so man weiß nie wie weit man springen muss ja man weiß vor allem nie wenn man ich seh nicht mal dass hier die Tür so neben mir ist unbedingt und dann hab ich auch gar keinen Plan wo ich hinlaufen muss um da rein zu gehen man hat nur so ne ganz kleine Maus wenn man die bewegt so ne ganz kleine Maus sense hat man nur dieses ähm section in diesem Bereich da ein Weg halt ne Jungs so was da hab ich generell gar kein Verständnis mehr es ist das Pfiff Jungs und und äh komm mal nein ich glaub ich möchte kurz heute ist ein Tag vor Donnerstag und wisst ihr was nach Donnerstag ist heute ist Mittwoch ne Osterferien ja wir haben Ferien einige von euch haben ja irgendwie schon Ferien was ich nicht so geil finde stimmt wenn das rauskommt dann wir Ferien easy Leute Ferien ja ähm Prostherden ich wollte kurz mal was zur Situation grad am Spawn sagen ja ok erläutere ich wollte grad ich bin gespawnt und genau der Millisekunde hat jemand das Tringer da drauf abgedrückt sweet bin verreckt pfff schön nein bitte nicht ja komm dir mal das Tringer holen wie das aussieht komm dir mal das Tringer mach mal mit lol die Wand hab ich gar nicht gesehen die hier Swarm oh Gott oh nein wie groß das ist Digga kauf dir mal ne Swarm guck da mal durch ähm aber was dabei stand ähm keine Chance es ist auf jeden Fall schwieriger weil man halt generell keinen Überblick mehr hat aber vom Aimen her gehts find ich oh jetzt gehen die Swarms hier ab ich will auch Digga hast du mal guckt wie groß das ist man kommt ah ich wurde weggeswarmt es kommt halt auch so vor als ob man irgendwie übel langsam rennt ne ja es ist langsam und es ist so so ich weiß nicht so behindert halt so ich kann es nicht formulieren das ist einfach too much es ist einfach mal wieder too much was mach ich man sieht es ich finde die Challenge ist schlimmer als A und D vertauschen weil das übelst krass auf die Tüche geht ohne Witz ja man muss halt das ist das das ist man kann zwar eben aber das ist viel zu äh ich bin jetzt irgendwie dreimal gestorben weil ich mir das Swarm holen wollte ja achso ja naja klar ich hab dir eine Swarm geholt nein wird er es schaffen wird er es schaffen eine Swarm in den letzten 30 Sekunden zu kaufen ja ich hab dich grad schon abgefeuert aber hab gnadenlos verkackt echt sweet ist da einer ja ja ich hab den schon ein halbes jahr verfolgt ich scheiß die jetzt einfach hier rein ich schieße jetzt einfach hier rein ja was du ne ich hab keinen geschossen ne ich bin tot bin Swarm auf Metro Lappen ja ihr wisst ja nicht was wir gerade machen man 30 abhofft Jungs ist halt echt so auf jeden Fall zu betonen ist auch die äußerst kreative Challenge ja also ja das ist auf jeden Fall ein cooler Einfall gewesen das war was ganz neu das ist ja so so verkam ich selber auf die gar nicht ähm ja 15 14 positiv immerhin ist okay man kann auf jeden Fall bessere äh KDs schaffen ich bin jetzt auch paar mal gestorben weil ich einfach dumm rumgerannt bin also das ist bei dem Pfiff ist das ja auch nicht normal ne also es ist auch normal man kann halt easy abgesnackt werden von irgendwo wo man es normalerweise gesehen hätte das ja bei Vorbeirennen oder so du kannst dich halt kaum heiden oder ausweichen weil du weißt ja nicht wohin schaffen wir das Level 41? ich denke nicht es wird bestätigt in wenigen Sekunden denied warte oh doch übel ich habe sogar noch ein Stück von 41 geschafft perfekt wir sehen uns gleich nachseiten so Leute sind wir in der zweiten Map oh ja oh mein Gott ich habe gerade gedacht ich habe irgendwas irgendeinen Bug oder so aber das war einfach nur ja sie gemeint das ist leute das das ist nochmal challenge hier ne ja das ist der double challenge weil das kommt jetzt alles übel schnell vor ich habe halt zwei HP direkt nach dem Spawn ja ich habe auch schon noch 23 HP es ist by the way last team standing haben wir uns entschieden das mal zu machen ich weiß gerade gar nicht ob es hier jetzt ohne dieses Egghand ne ja 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 okay dann wir gucken mal direkt kein nichts das stimmt ja ich wenn ich das Seilengewehr ausgerüstet habe das war oh mein Team wurde eliminiert nice finde ich gut finde ich nicht gut Alter ich habe fast nie last team standing gespielt ist das nicht für Missionsziel ja ne ähm ja die Steps können wir da drin machen das können wir dann mal nachmachen ja das können wir dann ja das können wir dann also ihr habt noch Zeit ich finde die roten finde ich nicht so geil die roten ich finde alle geil also ja okay kann ich nachvollziehen aber auch wiederum eigentlich gar nicht ich nehme mal hier die Cover von den Leuten ja oh ne einfach angekillt was pusht denn ihr jetzt so du stehst da offen springst da bissl rum wie mein Team wurde eliminiert gut okay nachzuvollziehen ist nachzuvollziehen Digga bei uns ist schon wieder einer gerettet bei uns ist auch schon wieder einer gerettet bei uns ist auch schon wieder einer gerettet ja ja Xontix holt sie jetzt alle da gerade reingeschönnet sooo stehen hier alle so an der Reihe so irgendwie beim Supermarkt ja das ist halt echt so nee der hätte weg sein müssen sooo ihr seid schon mal ein paar Leute weniger ah ihr seid alle da ich hab halt keine Nades DAS KANNICHT Drei Nades hab ich abgekommt Drei 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 O mein Gott Last Team Standing, Alter. Wie, was soll's Team machen? Das ist eine Krebsart, Alter. Hey, Jakob hier geht voll ab. Was wird dem los? Das war echt voll schlecht. Ja. Hey, Digga, aber muss man zugeben, wo man unser Team an, also... Hä? Ich hab echt Beat on Top Cook. Außer du. Das sind halt nicht die größten. Na komm, du hast was ganz oben, dann schaffst du das auch. Mein Team. Ich schreib das extra in Deutsch, wenn ich jetzt wieder zugeflamen werde. Ich bruchte das selber so. Nein, nicht ich. Nicht ich. Ich stehe ganz so witzig. Oh mein Gott. Hab ich jetzt einen Nate geblockt? Oh Gott. Oh Gott, hat jemand hier? Hat er irgendjemand irgendwas? Hat irgendjemand irgendjemand irgendwas? Ach, shit. So. Nee, das... Nee, du... Jede einzelne Kante selber abämen muss. Wenn mein Team gar nichts so macht, kann ich nicht nachvollziehen. Tut mir leid. GG. Nee, das war Bug mit 1 HP. Das hatte ich jetzt auch gerade. Okay, hatte ich nicht mehr. Hey, es geht voll... Das macht voll fun. Wir haben das echt noch nie gespielt seit dem Patch. Genauso wie Last Man Standing. Wir müssen das mal so zusammen in einem Team so spielen, damit unser Team fickt. Ja, mit einem großen Team, ja man. Weißt du, was ich meine? Fehlt, Digga. Digga, beat auf beiden ganz oben. Na ja, klar. Das ist mega. Das ist mega. Ihr habt ja auch schon den neuen Königsklan erlebt. Königsklan. Nee. Ah. Ich renne in die Nade rein. So, der Herr hat... Flüchtungsversuche. Ja, Lev, komm du auch rüber mit Jack jetzt. Digga, lass mal... Ja, lass mal alle Runden wiederholen jetzt. Ja. Der kann nicht rüber. Warum haben wir alle 0,1? Achso. Ich hab halt mehr Punkte als die zwei Zeitern dritter zusammen. Okay. Der wirft die Schnauze, du hast gelesen, ne? Wir holen das... Ist das jetzt zu Ende? Ne. Wir holen jetzt alle Runden, ne? Wir holen das jetzt. Wir drehen das Ganze jetzt um. Huten gemacht. Huten gemacht. Huten gemacht. Huten. Das sieht schon nice aus mit dem Rot, aber ich finde das sieht so... Ich finde das so geil aus. Digga, ihr sterbt da, ne? Nicht dahin gehen. Digga, ich hab grad irgendwie alle Runden geholt. Warum du hingehen wolltest jetzt? Das Problem ist, die sind ein bisschen... Weiß nicht, ob die Max jetzt hier so krass gut hierfür ist. Oh, Double Nade Kill. Und noch ein Kill. Okay. Oh geil, nochmal welche geholt. Ja, Mann, wir haben's. Oh, nice. Wir holen das jetzt. Stopp, 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 stopp. Das ist der Modus mit Ex. Ich hab Ex bekommen gerade. Oh nein. Hat er nicht geschrieben, oder? Wir holen's. Hat er... Hat er nicht gemacht, oder? Ja. Sicher, nö. JLP kann da gar nichts gegen machen. Ne. Ne. Ne, LCW mehr, Mann. Kappa. Kappa. Der war doch schon mal auf den Kappa, dann. Ha! Rennt da hin. Oh Gott. Lass mal taktisch spielen, Mann. LOL! Oh, ne. Da kriegt die Schelle jede Runde von mir. Wer denn? Irgend so'n... Ne. Glymd oder so. Hier, hinter dir, hinter dir! Oh Gott, ist mein Leben gerettet. Oh, du bist so toll. Willst du mich verarschen? Was hinter mir? Ich hab doch gesagt hinter dir. Wo? Ne, das war an der Treppe dann dort. Da hab ich hingeguckt. Ich bin weggerannt. Du wurst von der Treppe erschossen, weil du hinter mir gesagt hast. Ja, an der Treppe halt. Ja, das hab ich hingeguckt. Hinter mir ist dann von der Treppe weg. Oh nein. Es tut mir leid. Du warst nach vorne gerichtet. Dicke, wenn du jetzt gewinnen, warst du es, ne? Weil wir haben begonnen. Das ist möglich. Hallo, kann ich mir irgendein Teammate zugucken? Ne. 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 Das möchte ich nicht nachvollziehen. Warum kann ich nicht zusehen? Du bist verarschig. Du kannst durchzappen. Wie denn? Du bist recht, Dick. Naja. Aber der hat die Weißen. Gut, die Weißen sehen vielleicht ein bisschen langweilig aus. Hast du recht, so. Nein. Ich find alle geil. Dann musst du auch einen Liebling haben, du Spasti. Nö, ist mir schlau. Ich hör mir alle. Ja. Ja. Bitte. Bitte nicht verrecken. Sieh das noch zwei? Ja, das sind noch die... Oh. Danke. Segnet seist du. Segnet gehörst du. Was macht es eigentlich bei 5-5? Der Tie-Break, ne? Äh. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ne? Wir holen das noch, ne? Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Weil ich geh mit Charlie. Uiuiuiuiui. Das sind aber ne Menge unten oder Neck um ihr Schwanz zu Kolossus. Nein! Dicke chill wir müssen das gewinnen es ist keine es muss einfach ja ich weiß konzentriere dich wo bist du dazu da was ist das für ein bot hier du halt die umgebung ab hat er den hat er nicht gemacht schön und noch einer und wir sind zu zweit komm hallo mate gott was macht er kriegt das nicht hin nur noch diese du hast du hast du hast du hast ja bei dir da oder wo ist denn da der geht zum krieg schon Oh Junge, warum rennt der auch einfach so raus? Wir holen das noch, ne? Digga, ich hab ja auch Team gewechselt, jetzt holen wir das noch. 13-3, carry as fuck. Mensch, das war grad mega-intens für mich, weil ich nicht verlieren wollte. Ich wollte mein Team nicht enttäuschen. Gott, Digga, die sind überall. Ich fliehe. Oh, die pushen grad hier bisschen. Ich fliehe. Ne, was hab ich denn jetzt gemacht? Okay. Oh Gott, das fehlt. Sind richtig krass Close-Corner bei mir. Oh Gott, hab ich. Ich hab einen. 4GP ist da noch. Hab ich. Hast du? Ja, da ist aber noch einer, hinter dir. Nein! Oh nee, was ein Titan-Lock, man. Da pushen jetzt zwei durch. Zwei durch. Und Zug. Die verfolgen dich jetzt. Zwei Stück. Mich alleine? Verfolgen dich. Verfolgen dich. Alleine gegen 3, GG. Verfolgen dich. Noch einer. Nein. Ah, schade. Ich hörts alleine. Schade, aber Close, man. Close. Haben wir's verloren, ja, ne? Close. Lecker. Close. Close. Dicke, wir haben fast noch geholt. Warum seid ihr alle verregt? Warum war ich alleine gegen 3? Wie, warum seid ihr alle? Dicke, einer war hinter mir, hast du mitbekommen, oder? Das ist keine Entschuldigung. Mal gucken, wie viele Potteln wir jetzt schon, wie viele Bunnies wir jetzt schon bekommen haben, eventuell. Ich hab glaub nur 10 bekommen, ich weiß nicht, was man dazu machen muss. Ich auch nicht, vielleicht kriegen wir jetzt einfach so dazu, weil wir's gespielt haben. Nein, nein, nein. Das ist genauso mit diesen Goldtöpfen, musst du einsammeln. Meins? Ja. Aber die sind noch gar nicht abgebildet auf dem Boden, oder? Deswegen. Ist irgendwie bang oder so. Ja. Man muss sich das nur mit klicken, jetzt wo springen kann, dieses Aufladen oder so. Fun Fact, Guys. Du wolltest Missionen mal reinlucken? Level 42, Dicke, ich mach ja die Levels auf der Levels. Äh. Doch, ich hab schon. Egg, was getan? Hab schon. Ich hab 50. 20. Du? 20. Und Hunting Rabbids hab ich, äh, 20 und dann hab ich ein. Dominanzspielmodus. Ich auch. Ich hab schon 55.000 Schritte. Ah, okay, das ist ja nicht. Ich hab 70.000 Schritte. 70.000? Ja. Dicke, das aber eigentlich, na gut, von 4 Millionen ist das schon nicht so viel. Naja, gut, Leute. Ihr habt's gesehen, ihr werdet's am Montag nochmal ausführlich dargestellt. Auf jeden Fall, da spielen wir auf jeden Fall auch diesen Modus. Und wenn euch die Folge hier gefallen hat, vor allem mit dem Sichtfeld 30, ähm, der Katalyse, dann lass auf jeden Fall eine, ähm, positive Wertung da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute.